werden uns dann jetzt auf jeden fall mal gleich darum kann man das für die hier hinten ein bisschen besser machen weil die sind komplett voll hier Da muss man eben mal schnell das wegmachen, das, das. So wie das. Wir brauchen ein, zwei, drei, vier. Er stellt zwei die Minute her. Naja, sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist schon wieder so viel, was wir hier gebaut haben. Ich hab nicht gerechnet, dass es nur 50 sind. Dann gehen wir mal schnell den Gummi holen. Und dann muss ich mal vorne schlafen, dass wir mal schnell gucken, was wir automatisieren könnten. Ich hab nicht mal geguckt, was vielleicht sinnvoll wäre, mal zu automatisieren. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass wir auf jeden Fall die Motoren erhöhen müssen. Und mal gucken, wie wert der Strom ist. Ansonsten machen wir hinten nämlich nur zwei im Fall. So, jetzt drei oder drei Treffschiff-Kalaktoren. Ja, der Strom wächst hier auch nicht an wollen. Boah, einmal durchtiebe die ganze Map. Ich glaub, ich hab schon eine gelbe Stücke gesehen. Ich hab ein bisschen was davon mit. Genauso wie hier vom Kunststoff. Aber wie wird der was geblüht? Das ist nicht so. Aber die sind so genau, dass die Signale sind. Ich glaube, wir werden hier einfach fit in der Übung hören. Ich versuche jetzt auch nicht zu mir. Ich versuche das nicht zu mir, das ist zu mir zu nach. Nö, wir werden hier um den Weg machen. Ich versuche das nicht zu mir. Ich gehe jetzt zu mir auf den modernen Platz. Gibt es auch das Nachtisch? Ich bin ja zu mir. Ich habe da im kleinen Platz ein von mir. Ich bin doch noch zu mir. Da steckt ja noch ganz krass auf. Da braucht man quasi eigentlich die da hinten. Diese Ohlpumpe hier. Und die Reinheit rein. Ist das rein? Ah, rein, ne? Darum ging es ein bisschen mehr, wenn es wirklich... So nämlich. Zwar kurz gedacht, ich sterbe jetzt, aber ich habe es geschafft. Und dann fließen wir mal rüber. Fliegen, fließen, fließen. Ich habe es geschafft. Und dann fließen wir mal rüber. Und dann fließen wir mal rüber. Ich habe es geschafft. Boah, wir werden immer so lange sein, ich mag es, dass der Steckenglück immer so ist. Ja, mein Gott, mindestens anderthalb Minuten. Er soll zwar laufen, aber sonst gefühlt zehn Minuten. Und jetzt sind es ungefähr anderthalb Minuten. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich noch einen Rücken. Der ist wichtig, das hier. Das ist wichtig, das und das. 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 Das ist mir auch sowas. Der hat genug. Der hat genug. Der hat genug. Der produziert genug. Der produziert ständig. Der produziert ständig. Der auch, klar. Der hat genug. 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 Ich stoppe das jetzt nicht hin. Stand. Vier Drei Stück Drei Stück Hier ist es eigentlich Guck Wir stehen am Nachschlag Drei Stück ơi Nein. Ich würde eigentlich nur so ganz knapp umfahren. Umfahren, okay. Das heißt, wir müssen noch mal so pein und schnell smocken vom Tor. Ja, dann lasse ich das liegen. Jetzt warten wir mal die Minute. Ja, alles andere für... ...Tot 4... ...Tot 10. Ich kann das automatisieren. Dann sehen wir... ...Matschrauben. ...Matschrauben. Dann sehen wir uns nicht. Wir müssen noch mal sehen. Ich bin jetzt schon. Okay. Okay. Was war eigentlich bei Energie schnicken, ne? Zehn Stück. Das und das. Okay, die brauchen wir noch ein bisschen, aber sonst noch geht. So. Irgendwann habe ich das zu längern. Ja, das wollten wir dann noch machen. Jetzt über zu den Energiedingen. Zu den Treibstoffgeneratorn und dann noch ein, drei Stück. Komm mal. Das heißt, eine Pumpe, drei davon. Das heißt, wir brauchen zwei davon. So, gebrochen. Zweimal. Einmal. Darüber vier, wenn wir schon da sind. So, dauert uns nur die nötigen Autoren. Ja, komm alle. Kann man nicht was machen, wenn wir noch was brauchen. Das finde ich sehr cool. Das finde ich sehr cool. So, und da ist der dann auch schon wieder. Okay, der ist durchgehend da unten. Was umfällt. Okay. Was umfällt. Das ist nicht. Verkläfen. Nämlich direkt schon den Tor. Wird grad vergessen. Ich bin der Barbien. Ja, komm alle. Schöne, der ist nicht in den Täckern. Jetzt ist das noch rein. Ich habe nichts weiß. Okay, die haben. Dann ist das hier. Es geht nicht. Ich habe nichts mehr. Ich werde das nicht selbst wissen. Ich werde mich selber hier schlipp. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mhm. Is this right, the Elf? No. 240 so wenn wir jetzt treibstoff der 40 treibstoff die minute die hier verbrauchen wie viel verbraucht denn gut ausgezacktet 20 das heißt ja darum wieder 2 raffinerien pro ding die als eine braucht 60 20 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 21 20 21 So, dann gucke ich mal, wie die Umfüllanlage noch mal funktioniert. Das heißt, ich muss das mal wieder später für den Zug transportieren. Wäre ich für... ...oder nicht. Okay, das weiß ich auch noch mal, wegen Reinheit das Doppelte. Alles klar, dann war's also mit dieser Folge. Warte rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ciao.